Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man denn so einen E-Mail-Header überhaupt finden kann. Und dazu verwende ich wieder diese Webseite von Thomas Hochstein, weil der hat das eigentlich hier wunderschön aufbereitet. Und zwar gibt es hier Headerzeilen anzeigen und wenn man da drauf klickt, dann kommt man eben hier in diesen Bereich, wo für jeden Mail-Client, naja, wahrscheinlich nicht für jeden, aber für ziemlich viele und ziemlich viele Unbekannte, steht, wie man genau an die Kopfzeilen kommt. Ich will mal ein Beispiel machen. Outlook hat in jeder Version eigentlich grundlegend geändert, wie man rankommt. Vor Outlook 97 war es einfach Ansichtoptionen. Outlook 97, Datei, Eigenschaften, Internet. Ab 2000, dann Rechtsklick auf die entsprechende Mail, dann Optionen und dann gab es da die Internet-Kopfzeilen. Und seit Outlook 2010 muss man die Mail erstmal in einem eigenen Fenster öffnen, dann auf Datei, Eigenschaften und dann gibt es da die Internet-Kopfzeilen oder, oder, oder. Für Mac OS X ist es dann nochmal anders im Outlook und auch im Outlook Express. Da sieht man, wie konsistent so ein Programm wie Outlook über die Jahre hin ist. Thunderbirds hier oben, Mozilla. Also könnt ihr ja selber auf der Webseite dann angucken für den entsprechenden Client, den ihr habt. Genauso hat er sich die Mühe gemacht, es für Webmail aufzuschlüsseln. Und sehr lustig ist da, was sich T-Online ausgedacht hat. Also die E-Mail muss per Doppelklick zum Lesen geöffnet sein, also eben online. Und dann bei gedrückter Alt-Taste muss man mit der linken Maustaste oben in den Kopfbereich, also wo Sender und Empfänger und so stehen, muss man da draufklicken. Und dann bekommt man den Mail-Header. Ich weiß nicht, wie man auf so eine dämliche Idee kommen kann. Ja, wenn das Mail-Programm oder der Dienst hier nicht aufgeführt ist, auch nicht schlimm. Ihr findet da sicherlich über Google die entsprechenden Webseiten oder Informationen, indem ihr einfach schreibt, was weiß ich, mail.com und dann eben Header anzeigen oder ähnliches. Und zu guter Letzt darf man nicht vergessen, der Mail-Header ist ein Versandprotokoll. Wenn ich eine E-Mail weiterleite, dann entsteht ein neues Versandprotokoll. Das heißt, das alte wird einfach weggeschmissen, weil das braucht man ja auch nicht. Sprich, ihr braucht euch keine Mails weiterleiten lassen und dann den Mail-Header analysieren, weil das ist der Mail-Header, der zwischen dem, der es euch zugeschickt hat und euch entstanden ist. Und man kann natürlich so eine Mail als Anlage versenden oder eben den Mail-Header reinkopieren, dann bleibt er natürlich, also in den Body, in den Text reinkopieren, dann bleibt er natürlich erhalten. Ja, das war es dann schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.